Fünf Jahre Kulturwald, das steht mittlerweile für 1800 großartige junge Kulturbotschafter aus Deutschland. Es steht für Neugierde, für einen Blick auf die Welt ohne Scheuklappen. Vor allen Dingen aber steht es für junge Menschen, die Verantwortung übernehmen. Ich durfte bei der Geburt von Kulturwald vor fünf Jahren dabei sein, die ersten Schritte begleiten. Heute freue ich mich umso mehr, dass so viele junge Leute an Bord sind. Und wenn Sie es noch nicht sind, machen Sie mit, bewerben Sie sich, kommen Sie dazu.